Das ist ein 1TB USB-Flash-Speicher von heute und das ist ein 1KB App-Bom-Speicher aus dem Jahr 1975. Wir rechnen, dieser Stick hier hat also eine Milliarde Mal mehr Speicherkapazität als der gute alte Kollege von damals. Das wundert ja auch nicht weiter, weil da liegen fast 50 Jahre Technologieentwicklung dazwischen. Was aber wundert, ist, dass die Erfindung, die hier drin steckt, immer noch auch in diesem Teil drin ist. Was diese Erfindung ist und wie es zu dieser Erfindung kam und was die Firma Intel damit zu tun hat, das alles erzähle ich euch heute. Natürlich, wie immer auf dem Kanal, machen wir Zeug auf und schauen hier rein, um versuchen zu verstehen, wie es funktioniert. Und obendrein erzähle ich euch noch, wie auf dem Weg dahin acht Verräter den Mikrochip erfunden haben. Willkommen bei Enigemaskob, Wissen jenseits der Schule. Auf diesem Kanal jagen wir Rätseln aus Wissenschaft und Technik nach und kriegen heute raus, wie aus Technologie, die noch auf solchen 1-Zoll-Wafern in den 60er Jahren gefertigt wurde, und EPROM-Technologie aus den 70er Jahren, wie daraus die heutige Flash-Technologie entstanden ist. Flash-Technologie, falls ihr das nicht wisst, das steckt in jedem Handy, in jedem Tablet, in jedem Computer drin und todsicher auch in dem Gerät, mit dem ihr euch jetzt dieses Video anschaut. Flash-Speicher kommt in allerlei Formen und Farben daher, als Karte, als Dick, grösser, kleiner, dicker, dünner. Einige davon habt ihr vielleicht oder kennt sie zumindest. Es gibt natürlich auch die ganz kleinen und die ganz fetten. Und wenn es in den PC eingebaut wird, ist es eine Solid-State-Disk oder SSD. Und so sieht ein moderner Flash-Speicher aus, wie er auf einem SSD-Modul hier ist. So etwas findet man in Notebook-Computern. Das sind die beiden Flash-Chips. Und das ist unser gutes altes EPROM im Keramik-Gehäuse. EPROM steht für Erasable Programmable Read-Only Memory. Das ist also ein nicht flüchtiger, programmierbarer und löschbarer Speicher. Weshalb wir den Chip hier sehen, hat etwas damit zu tun, wie das gelöscht wird. Gelöscht wird das nämlich mit UV-Licht. Total unpraktisch. Das heisst, man kann den Chip nur löschen oder wiederbeschreiben, indem man mit UV-Licht drauf scheint. Für uns hat das den Charme, dass wir reingucken können durchs Quarz-Fenster. Wir sehen auch die Anschlüsse, die Bond-Drähte und den Chip. Also Speicher, Flash-Speicher, damit wir hier kein Durcheinander kriegen. Es gibt zwei Sorten von Speichern, flüchtig, nicht flüchtig. Das war schon immer so. Das war schon bei unserem guten alten C64 so. Wenn wir da reingucken, hier haben wir zwei Sorten von Speichern. Wir haben nämlich das RAM, das ist hier, das Random Access Memory. Das ist der eigentliche Arbeitsspeicher. Funktioniert super, hat das Problem. Geht der Strom weg, vergisst der Speicher alles. Deshalb hat es eine zweite Sorte Speicher. Die ist hier, das ist das ROM, das Read-Only Memory. Und das behält, was immer da drin gespeichert ist, selbst wenn der Strom weg ist. ROM hat jetzt aber ein Problem. Das ROM ist nämlich nicht veränderbar. Das heisst, was da drin steckt, ist das, was bereits in der Fabrik reingeht. Und das ist ein bisschen blöd. Was ist heute in den Computern? Heute ist das ganz ähnlich. Heute haben wir nämlich das RAM drin. Das ist immer noch dieselbe Geschichte. Das sieht heute einfach eher so aus. RAM vergisst aber ohne Strom, was drin ist. Das heisst, da könnt ihr eure Apps nicht drauf speichern. Wie geht das aber mit den Apps? Das geht eben mit den Flash-Speichern. Die sehen fast aus wie die RAM-Module. Aber hier ist Flash-Speicher drauf. Und dieser Flash-Speicher vergisst, was drin ist. Ups. Auch nicht, wenn der Strom weg ist. Was dieses Flash-Modul also tut, klingt ganz ähnlich wie was das EPROM tut. Die Antwort ist auch ganz einfach, weshalb das so ist. Nämlich der Flash-Speicher ist, richtig gesagt, ein Flash-E-EPROM. Ein elektrisch löschbares EPROM. Im Prinzip dasselbe wie hier. Einfach, ich brauche kein UV-Licht zum Löschen und Wiederbeschreiben, sondern ich kann das elektrisch tun, was wesentlich praktischer ist. Aber es geht zurück auf dieselbe Erfindung. Die schauen wir uns jetzt noch etwas genauer an. Die 1970 auf den Markt kam. Hier durch die Firma Intel. Offensichtlich hat unsere Speichergeschichte so einiges mit der Firma Intel zu tun. Intel ist heute ein Riesenladen mit 60 Milliarden Umsatz und 130.000 Angestellten. Das war aber nicht immer so. Die Anfänge waren etwas bescheidener und gehen zurück aufs Jahr 1947. 1947 nämlich hat Bill Schockley mit seinen Kollegen an den Bell-Laboratorien den Transistor erfunden. Dafür haben sie den Nobelpreis gekriegt. Und nicht nur das, sondern Bill Schockley hat dann ein paar Jahre später, 1956, die Schockley Semiconductor Company gegründet. Mitgebracht hat er viele schlaue Köpfe und mit denen wollte er dann den Transistor kommerzialisieren. War an und für sich eine gute Idee. Das Problem war aber, dass Schockley ein ganz schwieriger, toxischer Typ war. Der hat sich mit allen zerstritten und 1957 sind ihm acht seiner besten Leute davongelaufen. Schockley war ziemlich verärgert, nannte die Typen dann den Traitorous Eight, also die Verräterischen Acht. Für Schockley war das ziemlich schlecht, aber das war dann eigentlich die Geburtsstunde des Silicon Valley, wie wir es heute kennen. Diese acht Leute nämlich, unter denen war Gordon Moore, den kennen wir vom Moore'schen Gesetz, und Robert Noyce, der hat dann nachher den Mikrochip erfunden. Diese acht Verräter haben sich einen neuen Geldgeber gesucht und haben ihn gefunden. Mr. Fairchild und mit ihm haben sie die Fairchild Semiconductor Company gegründet. Die haben den Mikrochip erfunden und den Mikrochip auf den Markt gebracht und in den 60er Jahren damit sehr erfolgreich geschäftet. Es ging alles ganz gut in den 60er Jahren für die Firma Fairchild. Die Verräterischen Acht haben dort wunderschön gewirkt, aber einige von ihnen waren unzufrieden. Unter den Unzufriedenen war wieder Gordon Moore und Robert Noyce. Und die haben sich davon gemacht und selbstständig gemacht. Mitgenommen haben sie noch den Andy Grove und sie haben die Firma Intel gegründet. 1968 wurde Intel gegründet. Ihr seht hier ein späteres Bild aus den 70er Jahren. Das mit den furchtbaren Farben und den verrückten Krawatten. Der einzige Coole da drauf ist der Mann ganz links. Das ist der Andy Grove, der spätere CEO von Intel. Dann ging es Schlag auf Schlag. 1969 kamen die ersten Produkte, das waren RAMs, also flüchtige Speicher. Und 1971 ist es dann passiert, dass EPROM wurde erfunden und auf den Markt gebracht. Im selben Jahr, auch 1971, wurde auch der Mikroprozessor auf den Markt gebracht. Also nicht nur Intel, sondern weltweit der erste Mikroprozessor. Und wer hat sie erfunden? Das war dieser Mann hier, Dov Froman. Bei Intel, 1971 hat er Wege gefunden, wie man eine Erfindung aus den 60er Jahren, nämlich das sogenannte Moss Floating Gate, über das sprechen wir gleich anschliessen, wie man daraus einen praktikablen Speicherbaustein, nämlich das EPROM, machte. Und so kam dann 1971 das erste EPROM auf den Markt, mit einer Speicherkapazität von 2 Kilobit, also einem halben Kilobyte. Unser EPROM hier ist drei Jahre jünger, aber aus derselben Serie, mit derselben Technologie und hat 8 Kilobit oder 1 Kilobyte. Da zoomen wir jetzt rein und schauen nach, was drin steckt. Und was das genau ist und wie es funktioniert, sehen wir in diesem alten Datenblatt von Intel. Wir haben also diesen 8 Kilobit-Baustein und innen drin steckt, ihr seht hier das Gehäuse mit den Anschlüssen, steckt das hier. Funktioniert eigentlich ziemlich einfach, man gibt nämlich eine Adresse ein, eine Speicheradresse, die wird dekodiert und dann schaut das Teil im eigentlichen Speicher-Rein mit der Speichermatrix nach, was drin steckt und schickt diesen Wert raus. Simpel und einfach. Und so schaut es dann in freier Wildbahn aus. Der Chip ist eingeteilt auf zwei Speicherblöcke, die unteren 4-Bit, die oberen 4-Bit, das sind diese grauen Flächen, die wir sehen. Zwischen den grauen Flächen ist ein Teil des Adress-Dekoders und unten und oben dieser Flächen sind dann weitere Adress-Dekoder und Ausleseverstärker. Lustig bei Chips ist immer nachzusehen, ob irgendwas Menschenlesbares draufsteht und ja, tut's. Intel, 1974 und der Typ ist der 2708. Ihr könnt ja auch gut sehen, wie das alles vollgepackt ist bis an den Rand des Chips. Überhaupt, dass wir da was sehen können, ist nur möglich, weil das uralte Technologie ist. Würde ich ein aktuelles Flash hier anschauen mit dem Lichtmikroskop, würde ich gar nichts sehen. Das ist alles so klein, das geht nur noch mit dem Raster-Elektronen-Mikroskop. Und wo wird jetzt tatsächlich gespeichert? Das passiert in diesem regelmässigen Feld oben, da sind die einzelnen Zellen drin, also oben rechts. Ihr könnt hier jetzt auch sehen, dass da vertikale Bahnen drin sind und braune Horizontalen. Das zeigt uns schon, dass das ein modernerer Prozess ist. Hier wird schon auf zwei Ebenen verkabelt. Und wie funktioniert jetzt so eine Speicherzelle? Nun, das ist im Patent von Froman, Intel 1970 beschrieben. Hier hat es eine schöne Zeichnung drin, die zeigt, wie das geht. Der Erfinder, Froman. Wie funktioniert das? Nun, was wir hier sehen, ist eine Speicherzelle. Und diese Speicherzelle ist ein Transistor, ein sogenannter MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Also ein Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekt-Transistor. Das ist ein elektrischer Schalter. Der Trick ist jetzt, wie ich den Schalter beibringe, ob er eingeschaltet ist oder ausgeschaltet ist und wie sich das der Schalter merken kann. Funktioniert so, dass ich ein Silizium-Substrat habe. Das ist der Wafer. Der wird noch dotiert, einmal N dotiert, einmal P dotiert hier. Dann gibt es eine Isolationsschicht drauf. Das ist das hier. Das ist Silizium-Oxid. Das ist wie Glas. Und dann wird das Ganze noch verkabelt, wird angeschlossen mit Aluminium-Leitungen. Das ist der Querschnitt. Jetzt kommt der Trick. Hier ist nämlich die Nummer 28. Hier ist ein Steuergate. Das steuert den Stromfluss durch den Transistor. Das geht also, im Prinzip geht der Strom da durch und kommt hier wieder raus. Und ob der Strom fliesst oder nicht, wird gesteuert darüber, ob hier Ladung drin ist. Der Trick ist, wie ich hier Ladung reinkriege und die Ladung auf immer und ewig hier drin bleibt und sich damit der Transistor merken kann, ob er eingeschaltet ist oder ausgeschaltet ist. Das ist genau Gegenstand des Patents. Das ist auch Gegenstand einer Erfindung aus den 60er Jahren zum Floating Gate. Und das ist genau, wie sich der Speicherbaustein und in sehr ähnlicher Art und Weise auch unsere Flash-Speicher merken können, ob ein Bit gesetzt ist oder nicht. Und das können Sie sich eben merken, ohne dass zusätzlich Strom benötigt wird. Ist diese Ladung einmal hier drin, verbleibt sie auf Jahrzehnte hier drin und damit kann man sich merken, Bit eingeschaltet, Bit ausgeschaltet. So funktioniert es. Und genau so speichert euer Handy, das Betriebssystem, alle Apps, die Musik, die Videos, die Fotos und was ihr sonst so alles mit euch rumschleppt. Und wie war das nochmal hier? Ein Kilobyte und ein Terabyte, Faktor eine Milliarde in 47 Jahren. Und wie war das mit dem Moore'schen Gesetz? Gordon Moore, das ist ja einer der Gründer von Intel, hat in den 70er Jahren vorhergesagt, dass sich die Anzahl der Transistoren alle 18 Monate, später hat er das dann korrigiert auf alle zwei Jahre, verdoppelt. Ich habe jetzt gerechnet, eine Milliarde in 47 Jahren. Was ist das? Und die Antwort ist, das ist alle 1,6 Jahre eine Verdoppelung der Transistoren. Das heisst, an diesem konkreten Beispiel hier, tatsächlich hat Gordon Moore ziemlich recht mit seiner Vorhersage, dem Moore'schen Gesetz aus den 70er Jahren. Hat euch dieses Video gefallen? Thumbs up! Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Danke fürs Zusehen und bis bald wieder. Zusehen und bis bald wieder.